Einen floschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Diese Woche gibt es 3 Fortnite Videos, das heißt die letzte Zeit kam ja eigentlich sehr viel in die Fortnite. Deswegen gibt es diese Woche 3 Fortnite Videos, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Es gibt ein Mega-Update, ich habe diese Season noch nicht viel gespielt, aber ich finde sie auf jeden Fall besser als die letzte. Und wir haben auch kostenlose Gegenstände erhalten und zwar erschaffe deinen eigenen Superhelden mit dem Grenzenlosset. Jetzt in meinem Shop verfügbar, passe über ein Dutzend Komponenten an und setze Emote-Icons aus deinem Spind ein. Diese Extras sind ein erster Vorgeschmack. Das bedeutet, wir haben diese Emote-Icons jetzt erstmal bekommen. Wir tun das Ganze erstmal hier einfordern. Wir gehen direkt einmal in den Item-Shop. Neu Starter-Pack ist schon ein bisschen drin. Okay, dunkle Machenschaften ist wieder da. Uiuiui, was gibt es denn hier? Wenn ihr mich übrigens unterstützen wollt, bewerbe ich in der Videobeschreibung. Aber da gucken ja die Leute nicht rein, weil es alles Grundschüler sind, erste Klasse. Und ihr könnt alle nicht lesen, ich weiß. Aber tippt einfach mal das hier gerne ab, falls ihr dazu in der Lage seid und mich kostenlos unterstützen wollt. Vielen, vielen Dank. Gut, ich habe 2000 V-Bucks. Mal sehen, was wir uns da heute schönes kaufen. Was? Die kosten 1800? Ihr wollt mich doch komplett verarschen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mir kaufe hier. Und zwar fand ich... Hello-Rucksack. Fand ich schon ziemlich nice. Aber ich glaube, ein Superheld... Junge. Diese Ente, die ist ja richtig geil. Okay, das ist jetzt mein Favorite. Also ich muss sagen... Dieser Entenanzug, der ist schon... Also ich kann mir schon voll... Lol, der hat verschiedene Stile auch noch. Ja, kaum Gegenstände kaufen. Vielen Dank. Gut, ähm... Ein... Das größte Verkaufsargument war wahrscheinlich die Ente. Aber... Wir haben eine Ente, Leute. Und ich habe nur noch 200 Vivax. Ja, ich bin reich, sage ich mal, ne? Okay, das wird jetzt hier deaktiviert. Okay, jetzt muss ich hier mal schauen. Wie läuft das Ganze denn? Ach du, ach nee. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ich will... Nein, eigentlich nicht. Okay. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Ohne. Wir machen mal den Gürtel an. Die Maske... Machen wir mal auf. Kann man hier sich... Nee, okay. Ich würde sagen, wir lassen sogar mal die Ente. Oder gibt es eigentlich ein Bären als Emote-Icon? Gut, hier werden nicht alle angezeigt. Ähm... Ja... Jo, das hier. Der ist doch mal so richtig dumm. So, was können wir denn... Jo. 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 Jo, speichern und benden und wohl. Ach, hier können wir uns noch was bestimmen. Nämlich hier primäres Material. Okay. Ja. Ach, so sieht das aus. Okay. Ja, blau war eigentlich schon ziemlich gut. Sekundärs Material. Nehmen wir auch das Gold. Ach Gott, sieht das komisch aus. Nehme ich wahrscheinlich das. Und... Wofür ist das? Ach, das ist der Gürtel. Na, super. Was nehmen wir denn da? Junge, ich könnte mir hier Lord Voldemort bauen. Speichern und beenden. Und zack. Gibt es hier eigentlich noch Umhänge zu kaufen? Gibt es hier wirklich noch... Ach du scheiße. 400 V-Bucks. V-Bucks holen. Moment mal. Ähm. Ja komm, zack. Ich gönne mir das mal kurz. So, vielen Dank. Aufbelegt wurde. In dein Briefkasten gesteckt. Danke. Ich nehme die V-Bucks. Mehr brauch ich nicht. Ähm. Und dann nehmen wir hier noch... Das Cape. Gibt es hier Unterschied? Ne. Okay, das Emote-Icon-Cape. Das nehme ich. Ausrüsten. Blauer Cyclo. Ja, nee. Kannst du behalten. Enten Power. Und Einhörner. Komm oben drauf. Yo, yo, yo. Also wenn mich jetzt hier noch ein Gegner ernst nimmt. Neh, die haben sie doch nicht mehr alle. Ich bin, ähm... The Duck Hero. Auf einem fliegenden Einhorn-Kuscheltier-Piñata-Teil. Alter, sehe ich bescheuert aus. Ach, Junge. Ja, wahrscheinlich gibt es hier jetzt nicht mal erstmal... Ähm... Ne... Kiste. Dankeschön, ne? Hallo. Na, bisher ziemlich scheiße im Aim, was? Junge. Junge. Nein. Och Gott. Das wäre jetzt so bitter gewesen. Hoch. Also wenn das nicht ein Bot war, kann es sein, dass das Matchmaking wieder zurückgesetzt wurde. So ein bisschen. So, ich habe gehört. Ihr habt hier Spaß ohne mich. Das geht... Junge, mach dir ein Rock-Konzert. Hallo, Corona verboten. Ach, ein Fisch. Ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Guten Tag. Was? Wo bist du? Oh nein. Hä? Wo ist der Fisch? Sie müssen mich verarschen. Wo bist du? Hä? Bin ich blind? Ach, hier ist er. Hier ist er. Moin. Stirb. Dankeschön. Und für die Leute, die noch Bock auf noch mehr Content von mir haben. Mehr oder weniger von mir. Auf meinem Zweitkanal kommen übrigens gerade seit ein, zwei Wochen Daily Uploads. Also jeden Tag kommt auf dem Zweitkanal ein brandneues Video. Und wenn ihr das Video hier seht, haben wir auf dem Zweitkanal vielleicht schon die 800 Abos erreicht. Das ist echt mega krank. Auf dem Hauptkanal haben wir 2,1.000 Abonnenten und auf dem Zweitkanal einfach schon fast 800. Also auf dem Zweitkanal bedanke ich mich auch echt für euer Feedback. Dort geht echt gerade die Party ab. Nein, geht sie nicht. Ich habe abgesagt, weil ich keine Corona-Hygiene-Dings vorlegen konnte. Aber für die Leute, die es interessiert, da kommen gerade Daily Uploads. Natürlich auch gecuttet. Und auf dem Hauptkanal geht es hier wie immer montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr weiter. Auf dem Zweitkanal kommen täglich die Videos auch um 15 Uhr. Also kommt zeitgleich wie auf dem Hauptkanal auch auf dem Zweitkanal ein Video online. Das heißt, könnt ihr euch gleich nacheinander gönnen. Du, du bist jetzt mein, äh, Diener. Hallo? Die Ente, los. Nein. Copyright. Nein. 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 Junge, was bist du denn für eine Schrottkiste? Ach Gott. Also wenn ich damit noch überlebe, das wäre ein Wunder. Ente Mo, Ente Mo, Mo. Ist dein freister Freund? Nein. Na, 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 na. So. Junge, du willst auch echt nicht rauskommen, ne? Was bist du denn für einer? Hallo? Ich hätte gern ein bisschen Tank. Ich kann es leider nicht bezahlen. Es weh, nehme ich es mir einfach. Dankeschön. Jo, Brummi, mach. Tanz auf verschiedenen Sentinel-Köpfen. Tut mir leid. Ich hab grad... Jo, 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 jo. Jo, du bist meine Rettung. Übrigens auch nicht wundern, warum auf dem Zweitkanal gerade Daily Uploads kommen. Da ich gerade eh so richtig wenig Freizeit habe, weil ich unter der Woche von 6 Uhr, also ich stehe ca. 6.10 Uhr auf, bin dann bis 16 Uhr auf Arbeit, nach Hause muss ich auch noch kommen. Dann ist mein Auto kaputt, aber das ist egal, weil ich grad eh in der Fahrschule bin und hier ist eh schon mein zweites Fluchtauto. Wenig Treibstoff, ach komm. Dann geht's manchmal noch in die Fahrschule für anderthalb Stunden. Da muss ich Daily Uploads auf dem Zweitkanal machen und auf dem Hauptkanal muss ich auch noch die Videos vorbereiten. Auf TikTok lade ich ja nebenbei auch noch was hoch, dann muss ich das fertig machen. Also ihr seht, ich hab einen schönen vollen Tagsablauf und für Freizeit bleibt mir... Ja, wenn's gut läuft, so 2-3 Stunden. Ist zwar jetzt für manche nicht viel, aber wenigstens hab ich noch Freizeit, sag ich mal so. Aber gerade macht mir auch extremst YouTube Bock. Meine Videos sind jetzt auch mittlerweile auch monetarisiert. Das bedeutet, ich kann mit YouTube mir ein bisschen was neben meiner Ausbildung und neben Job noch etwas mit YouTube dazu verdienen. Also wenn ihr den Adblock anhabt, danke, bitte mal ausmachen für mich, dankeschön. Junge, was bist du denn? Hä? Ist das ein Gegner? Ne. Was ist denn das? Hä? Nein. Ist das ein Gegner? Äh. Nein. Junge, Junge. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bitte. Bitte tu mir nichts. Ich hab keine... Ne... Steh bei mir... Hä? Steht hier irgendwie fast nur Süßigkeiten? Nee, oder? Scheiße. Junge, du kriegst von mir keine Süßigkeiten. Das ist meine Schokolade. Frag Domme. Ich meine, hallo, in meiner Küche brennt es mindestens einmal im Monat. Um Gottes Willen, hau ab. Wer bist du denn? Ich hab mich so wenig mit den Updates in letzter Zeit auseinandergesetzt. Wensten ist das Auto für mich angepasst. Da steht wensten Bär drauf. Oh, ich hab... Oh, ich hör, die haben Spaß hier. Die haben Spaß. Hallo. Guten Tag. Junge, du bist ja ziemlich unfreundlich. Hier kriegst mal meine Meinung gesagt. Also, das ist ja hier echt eine Frechheit. Komm, wir spielen zusammen. Danke. Hoi, was hast du denn mit... Yo. Yo, Jackpot. Wer? Was? Pumpgun? Äh, okay. Das nehm ich mal so an mich. Ich glaub, das lass ich hier. Äh, hallo? So ne Unverschämtheit. Ich bin neu im Spiel. Was kann ich damit? Kann ich... Oh, ich hab Aimbot. Hallo? Hallo? Nein. Nein. Tschüss. Geh weg. Geh weg. Nein. Nein. Ich will nur spielen. Ich will nur spielen. Jo, ich... Hallo? Ich will nur spielen, Mann. So ne Frechheit hier. Oh, wie wär's? Ein bisschen mit Wellnessurlaub, ne? Wird ich jetzt so nix gegen, ne? So. Zack. Hallo. Äh, nein. Internet, hallo? Hallo? Bitte spiel mit. Nein. Internet. Nein. Hallo? Hallo, du... Du bist so ein mieser Verräter, Internet. Nein! Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. So macht das keinen Spaß. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns wieder am Mittwoch um 15 Uhr. Oder ihr schaut auf den zweiten Kanal vorbei bei den Daily Uploads. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.